Ein letztes Mal hat das mit den Links besser geklappt, ne? Da habe ich gar nicht besser geklappt. Soll ich für mich schon wieder komplett neu gehen. Jetzt weiß ich auch, Bette, woher du deine Bienen hast im Server. Warum? Sie hat noch gar keinen getötet, sie weicht nur aus. Leute. Eisschwert. Stimmt, wir sollten auch irgendwelche Kugeln oder Perlen finden, ne? Und warum kann ich die Dinger jetzt nicht aufnehmen? Bin ich überladen? Erstmal essen. Zum Mana generieren. Ein Sensemann. Gut, wenn ich sie nicht aufhören kann. Aber ich will David sagen. Jetzt wissen wir, wenn ich sie aufklicke. Weg da. Hier war das Linkschwert, genau. Hier war das. Hm. Kann man das hier, kann man das in eine Option einstellen? Hm. Also bezüglich Passiv spielst du jetzt einen Neuswurfschlag. Ja, quasi mit dem Hammer. Aber wenn die Alte jetzt auch wieder nichts macht, ne? Tja. Auf, auf. 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 Ach so, mit dem Bosch ist die noch zu schwach, da hast du auch den S-Zauber. Ja, ja gut, jetzt mache ich halt bis ich tot bin. Junge, der haut sich immer ab. Aber, was bringt mir die dritte, wenn die auch nichts macht? Also, so gefragt. Die hat vorhin auch nichts gemacht bei diesen komischen Viechern da, also schon gekämpft, aber dann hat sie irgendwann aufgehört zu kämpfen. Dann stand sie sich da rum. Oh, sie sind tot. Wir warten jetzt einfach. Wir holen jetzt die andere an. Für mich, du hast ja auch nicht den Bug ausgelöst. Ich, ich habe einen Bug ausgelöst. Das ist ja schon der Boden raus, bitte. Wenigstens haben wir schon mal gespeichert. Nein, Karupel, wenn man sich töten lässt, dann ist es kein Fail. Da nicht lang, weil ich weiß gar nicht, wo das Lager war. Vielleicht ganz ehrlich. Ich glaube, der muss sich... Da kommt sie. Ja, ja. Du folgst mir wieder. Die andere ist mir ja in den Fohlen auch gefolgt. Aber dann hat sie irgendwann mitten beim Kampf aufgehört zu kämpfen. Aber du hast sie ja vorhin gesehen. Die Fohlen stand hier Ewigkeiten oben, bis sie mir überhaupt hinterher gekommen ist. Aber vielleicht klappt sie ja jetzt. Vielleicht kämpft sie ja jetzt auch mal. Ja, lass mich erst mal überlegen, wo das Lager war. Ja, wenn ich jetzt hier runter gehe, muss ich auf jeden Fall gegen diese Viecher kämpfen. Bei der ersten Stadt? Ja, ja, aber ich habe gerade... Ich will hier gerade erste Stadt. Hier. Rebellenlager? Nee. Ach, da oben, ne? Ja, okay. Und die entspannt da jetzt wieder was? Warum entspannt die jetzt hier? Will die mich verarschen? So, lass mich da das Kreuz weg und mach das Kreuz dahin, ja? Heute kommt Benel mal richtig aus sich raus. Pass auf. So, jetzt wieder zu... Aber jetzt wird das ja alles noch verrückter hier. Jetzt muss ich mich hier um drei Charaktere kümmern. Vor allem, das heißt ja noch mehr Essen verteilen. Das ist Fuh. Den habe ich dir vorhin gegeben, den Feuerzauber, aber das Problem war sie hat viermal geschossen damit und dann hat sie gewartet, bis er auflädt und hat sich in der Zeit, wo er aufgeladen hat, schlagen lassen. Und dann musste ich weglaufen, um ihr das Schwerk geben zu können. Oh, das hat man sich ja mitgemacht. Das war halt ein bisschen doof, darum ist es glaube ich besser, wenn ich das habe, ne? Also, schätze ich mal jetzt. Schon so schnell wieder zurück? Vielleicht sollte ich meine Preise erhöhen. Verzeihung, wollt ihr meine Warenliste sehen? Ja. Die du später bekommst. Gute Wahl! Oder? Komm, wir gehen jetzt zu dritt dahin gehen. Zu den Felsbrocken. Achso, warte mal. Hier muss ich zu Davids Haus. Ja, das war auch sehr schön. Da geht es jetzt mit dem Schlüssel weiter. Aber wo brauchte ich da denn einen Schlüssel? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen goldenen Schlüssel brauchte für... Brauchte einen goldenen Schlüssel für das Tor in dieser Burg da oder was auch immer das war. Warte mal. Haltteriав. Olha. Haltteri involvement Die hatte ich jetzt, vorhin bin ich da hoch. Okay, gehen wir hier gerade aus, damit ich... Komm, jetzt soll ich... Vier Stück, waren es vier oder fünf? Schön mitkommen, die wir jetzt. Oh! 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 Ah! Ach du Wiener, jetzt hat er die Alte das, oh ne, ok jetzt ist er auf jeden Fall tot, aber gib mir mal wieder David. Nimm mir das mal weg, gib mir mal, ach Gott, Gottes Willen, jetzt bin ich aber komplett raus, ne? Oh Junge, ich bin das Schwert, ey, warum die das nicht selber nimmt, du Schwert? David, warum ein Schwert? Junge, gleich sind wir wieder alle tot. Ja, jetzt bin ich wirklich überfordert mit 3, weiß ich nicht wie es ist. Oh, jetzt haben wir noch keiner tot von denen. Das klappt halt auch nicht, ne, wegzurennen. Oh, das dauert aber lange. Oh ne, man switcht. Eigentlich rüsst man eben mit seiner Waffe aus. Man switcht nicht immer hin und her und lässt den machen. Aber die essen ja nicht selbstständig. Die sind ja rucki zucki tot. Darum hab ich immer so hin und her geswitcht, weißt du? Um die halt auch zu füttern. Ja, ich hatte, ne, das lag daran, weil ich, bevor ich ins Ding gegangen bin, um den Zauber mir zu geben, habe ich vorher auf die Alte geklickt und habe dann der Alten den Zauber gegeben. Das war das Problem gewesen. Und dann musste ich erstmal der Alten den Zauber wieder wegnehmen. Hab ne Miel gegeben und dann habe ich aber vergessen, der Alten den Schwer zu geben. So, Baby. Das geht halt sehr schnell, ne, dass du einen anderen anklickst und mit denen entkämpfst. Das ist ein, dass ich selber was, aber wenn ich hier keine Zeit gesteigte bin. Das ist ein, dass ich jetzt nur ein Niemlich verhelfert. Aber ich lag auch nicht zuerst. Das ist dann ein großer Teil der Zauber. Wie ist das? Ich möchte, wie soll ich jetzt hier sein. Was bist du in der Zauber? Naja, das hier mit diesen Huren runter, das ist halt schon ganz anders, ne? Aber ich meine, für mich ist es ja im Prinzip eigentlich egal, weil ich ja sonst nie sowas spiele, ne? Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass das für mich ungewohnt ist, so zu kämpfen, weil ich es ja gar nicht, überhaupt nicht kenne. Anders zu kämpfen. Und Rich erzähle ich ja noch nicht dazu. Oh, warte mal, nein. Noch nicht bewegen. Bleibt da mal stehen, Kinders. Fatih muss irgendwann hier euch füttern. Ne, ihr habt ja beide, ne? Ich gebe mir den jetzt aber noch nicht. Das ist so cool. Ja, ich versuche es jetzt nochmal, wenn ich gehe, statt wie, dann gibt es noch einen vierten dazu, der denn auch mitkommt. Ich sollte die Taste nicht ewig loslassen. Ja. Also habe ich den vier Charakteren, also nicht um die ich mich kümmern muss, sondern die mir auf den Sack gehen. Hinter dir. Oh, voll in den Weg gelaufen. Guck mal, warum hatten die kein Schwerg gerade? Wer hier ist weggenommen? Oh, mach doch mal ein bisschen eher. Ja. Oh, mach doch mal. Oh, nee, ernsthaft daneben geschossen? Also, nein, nicht daneben, er hat sich bewegt. Er hört immer noch nichts an. Ja, dann gehen wir gleich in die Stadt. Okay, der ist weg. Komm, später, noch ein paar... Maximal viel kannst du dabei haben. Achso, und dann kann ich sagen, okay, ich will den lieber dabei haben anstatt den. Wenn ich gerade was essen wollte... Das ist... Mobbing. Achso, nee, was mache ich denn da? Meep. Ist halt zu wenig Platz, um dran vorbeizulaufen an dem Vogel, ne? Oh, wo war denn jetzt die Stadt? Was findet ihr das? Was findet ihr das? War das hier? Aber ich überlege gerade, wo war denn da ein Tor gewesen oder eine Tür? So, äh, wo... Ja, ich überlege gerade, wo das war. Ja. 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 Ja.